Hallo, ich bin's wieder, der Jörg vom Drohngraffer-Kanal. Heute mal ganz kurz in den Schurz. Und es gibt ein bisschen neues Zubehör für meine DJI Mini 3 Bro. Und dabei erstmal einen recht herzlichen Dank an Master Airscrew für die neuen Propeller. Welche Propeller sollen wir dann montieren? Die grünen, die schwarzen oder die orangenen? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und dann hoffen wir, dass es bald wieder Flugwetter ist, dass wir das Ganze draußen mal testen können. Und unser Testvideo mit unseren neuen Props, ja das gibt's dann hier bald auf dem Kanal.